You watch me bleeding till I can't breathe Shaking, falling onto my knees And now that I'm without your kisses I'll be needing stitches Yo, was geht ab? Guten Morgen! Ihr seht ja eine ganze Menge! Ich bin jetzt wach, ich werde jetzt Sport machen, dann was frühstücken und dann ist der restliche Plan für heute Videos schneiden und zwar drei Stück. Zwei davon, also ein Vlog und zwei davon Make-Up-Videos und die sind immer so aufwendig. Das heißt, ich werde den ganzen Tag damit beschäftigt sein. Yay! Das mache ich jetzt. Fertig! Um euch mal kurz auf dem Laufenden zu halten, ich habe mittlerweile alle Briefe von Ossi geöffnet und da waren zum Teil Sachen drin wie Tee und natürlich die Briefe. ganz viele so Titel mit so Bildern und das ist so geil. Und ich überlege gerade, wo ich die hinhänge. Ich habe die nämlich erst, guck mal, da hatte ich noch, in Anführungsstrichen, 8000 Abonnenten. Ich wollte die erst hier hinhängen, aber da das jetzt so viele gewonnen sind, könnte das etwas schwierig werden. Und ich muss mir was anderes einfallen lassen. Auf jeden Fall ist das richtig geil und ich bin very dankbar an dich, Ossi. Du auch. Ja. Danke, Ossi! Das war somit das schönste Geschenk, was ich jemals bekommen habe. Verzeihung, könntest du da bitte runtergehen? Das ist mein Geschenk. Lass es. Das ist auch mein Tee. Lass es. Bitte. Hallo. Geh. Echt's Bett? Ja, stell dich doch auf die Tastatur. Wie wär's? Frühstück. Immer wieder das Gleiche. Aber ist trotzdem geil. Ich schneide jetzt Videos. Und zwar so als Schneemann. Und ich schneide gleich noch eine kleine kurze neue Sequenz in mein Intro rein. Weil ich die da drin haben will. Boah, manchmal macht meine Kamera voll Mucken. Ich glaub, die ist voll kaputt. So, ich nehm auf. Und manchmal ist es dann ohne Ton. Hier, ich zeig euch das mal ganz kurz für, also den Vlog von gestern dann bei euch. Also, guckt mal. Das ist hier mega die lange Sequenz. Und dann, hört mal. Und euch nicht wundert und ihr so denkt, hä, die labbert die ganze Zeit von Low Cup und ist die ganze Zeit so Müll? Nein. Momentan. Ja, und dann ist der Ton weg. Die ganze Sequenz. Und hier überall. Ich hab keine Ahnung, was ich euch da noch mitteilen wollte. Ich hab irgendwie sowas gesagt von wegen, voll viele schreiben mir, so dass ich ja so voll authentisch wäre und so echt. Und dass ich das so mache, was ich sage. So zum Beispiel mit diesem Low Carb. Und auch sage, wenn ich irgendwie grad irgendeinen Müll esse oder so, dass das halt nicht so ist. So, ja, ich mach immer nur Diät und zieh das immer nur so durch. So, das schreiben mir immer voll viele. Und darüber hab ich, glaub ich, noch geredet. Also, irgendwie saudumm, dass das auf einmal so leise ist. Wenn jemand weiß, was das für ein Problem ist. Also, ich filme ja mit der Ken Legrea Mini X. Wenn ihr das irgendwie kennt oder schon mal hattet, sagt mir das mal, weil das ist saubehindert. Ähm. Ja, also nur damit ihr Bescheid wisst, weil das so abrupt aufhört. Da war plötzlich kein Ton mehr. Oh, Yemi, Mittagessen. Es gibt wieder... Was war denn das? Wir singen oder so? Wir singen mit Hackfleisch. Pfanne. Keine Ahnung. Guckt mal, was angekommen ist. Meine Kette. Nach einem Monat. Von der Anna Sikoni. Von Stilnis. Kann ich mal so leicht mit einer Hand. Oh, komm schon. Mach nicht so. Oh, schön. Ah. Geil. Moment, ich hole sie mal raus. So sieht sie aus. Sie ist voll lang. Uh. Kommt sie nicht unglaublich schön zur Geltung auf meinem Bambi Chill T-Shirt? Oh, die ist richtig schön. Die ist so schön. Das ist, by the way, ein Steinbock. Geil. Ich werde morgen über... Wenn ich wieder geschminkt bin und so mal ein schönes Foto da mitmachen und das auch posten, denke ich. Die ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich freue mich voll. Voll süß, oder? Ach ja. Endlich ist sie da. So, mittlerweile ist es abends. Ihr könnt sehen, es ist stockdunkel draußen. Ich bin jetzt endlich fertig mit Videos schneiden. Der Vlog ist so spannend, unglaublich. Die exportieren jetzt. Dann muss ich die gleich noch hochladen, Infobox bearbeiten und so. Ein paar Thumbnails bearbeiten. Und dann bin ich fertig. Jetzt mache ich mir ein bisschen YouTube an, solange wie das exportiert. Und ja. Das war's. Ich glaube, ich mache mir noch gleich so Käse... Wie heißt das? So Backkäse. So Backkammer, aber auch Gouda und so. Also so halt so Ecken, die man in so Ofen macht. Und dann sind die geil. Ich glaube, das mache ich mir gleich noch. Ja, morgen wird übrigens mein Tattoo nachgestochen. Ist eigentlich voll gut drin geblieben, die Farbe, was ungewöhnlich ist am Gelenk. Aber an ein paar Stellen müssen noch nachgestochen werden. Das wird morgen gemacht. Ja, okay. Das ist ja mal der allerabste Fail. Da sind einfach voll viele von diesen Käse-Dingern aufgegangen und ausgelaufen im Backofen. Bin da raus. Scheiße. Ja, egal. Ich werde das jetzt trotzdem essen. Schmeckt sicherlich trotzdem gut. Ja, rastest du aus? Wo ist denn die Maus? Hol mal. Soll ich die holen? Okay, komm. Ich hol deine Maus. Ja, warte. Guck mal hier, wer hier ist. Guck mal, Maus. Ja, hol. Ja, dein Ernst? Hol mal die Maus. Elzi, was machst du? Außer nicht holen die Maus. Boing. Ja, spiel doch mal mit der Maus. Hast du? Ja? Ja, wo ist die Maus? Ja, wo ist die Maus? Hm? Was ist mit dir? Och, Elisabeth. Ja, mach doch Kopfstand. Geh'n dir. Nichts, meinst du? Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Da ist die Maus. Komm. Eins, zwei, drei. Ja. Ja, du musst die auch mitnehmen, du Vogel. Was ist denn mit dir? Ja. Komm. Oh, Alter. Nochmal. Nochmal, komm. Eins, zwei, drei. Ups. Ihr Wein. Ihr Gipferl. Nochmal. Oh. Hab's runtergeworfen. Schuli. Okay. Es ist jetzt Schlafenzeit. Sorry, dass der Vlog nicht so spannend war, aber ich hab, wie gesagt, nichts anderes gemacht, außer Videos geschnitten heute. Was ist denn mit dir? Ja. Morgen wird mein Tattoo nachgestochen. Und sonst hab ich eigentlich nichts weiter vor, glaub ich. Ah, ich hab ja auch Samstag die Prüfung. Also ich hab mir morgen auch freigenommen, ich muss morgen nicht arbeiten, eben weil ich Samstag früh die Prüfung habe. Da wollte ich's mir nicht nochmal antun, so mit die Nacht durchmachen und so. Bla, bla, bla. Ich geh jetzt auf jeden Fall schlafen. Ich hab ein Haar im Mund. Was? No? Okay. Also, was denn? Ja, Lukiste. Okay, also. Schönen Abend euch noch. Gute Nacht. Tschüss. 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 Vielen Dank.